Die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli ist weit mehr als nur ein Buch über kognitive Verzerrungen. Es ist eine Reise in die Tiefen unseres Denkens, eine Entdeckung der Irrwege der Kognition. Das Buch ist eine Sammlung von, wie bereits erwähnt, 99 kompakten Kapiteln, die jeweils einen bestimmten Denkfehler behandeln. Von der Bestätigungsverzerrung bis hin zur Verfügbarkeitsheuristik, bei der wir uns auf die jüngsten Informationen verlassen, die uns zur Verfügung stehen, deckt Dobelli eine beeindruckende Bandbreite von Denkfehlern ab. Der Autor erläutert in seinem Werk, wie diese Denkfallen funktionieren und gibt praktische Tipps, wie man sie vermeiden kann. Ich finde, es ist erstaunlich, wie oft wir uns auf automatisierte Denkmuster verlassen. Studien zeigen, dass wir bis zu 40% unseres Tages in einem Autopilot-Modus verbringen, in dem wir routinemäßig und ohne tiefes Nachdenken handeln. Drei konkrete Tipps aus dem Buch sind Frage mehrmals hintereinander, bei einem Thema, nach dem Warum dies kann helfen, tiefer in eigene Überzeugungen und Motivationen einzutauchen und automatisierte Denkmuster zu erkennen. Jedes Mal, wenn Sie eine Entscheidung treffen, fragen Sie sich, warum habe ich das getan? Oder warum glaube ich das? Denn so stellen Sie sicher, dass Sie dem wahren Kern einer Sache, eines Themas, einer Handlung kommen. Dies kann beispielsweise ein Motiv für etwas sein. Die Warum-Kette stellt sicher, dass Sie Klarheit haben. Nehmen Sie sich Zeit zum aktiven Meditieren, versuchen Sie, jeden Tag mindestens 10 Minuten in Stille zu verbringen, nur mit Ihren Gedanken. Dies kann Ihnen helfen, sich Ihrer Denkmuster bewusster zu werden und darüber nachzudenken, wie Sie sie verbessern können. First Class Coaching ergänzt an dieser Stelle, dass zwei Arten von Meditationen absolut sinnvoll sind. Die Shaolin fangen den Tag an, indem sie sitzen und einfach nur atmen. Ganz in Stille einfach atmen und sich auch nur darauf konzentrieren und auch oft an nichts denken. Die andere ist die Art von Meditation, die als Achtsamkeitsmeditation verstanden werden kann. Hier hast du die Möglichkeiten, entweder achtsam aufkommende Gedanken wahrzunehmen und geschehen zu lassen, oder du kannst in Stille aktiv nachdenken. Das ist ebenfalls eine Form der Meditation. Suchen Sie konträre Meinungen, wenn Sie fest an etwas glauben, versuchen Sie, Artikel oder Bücher zu lesen, die eine gegensätzliche Meinung vertreten. Dies kann Ihnen helfen, ein ausgewogen ehres Bild zu bekommen und nicht in die Falle der Bestätigungsverzerrung zu tappen. Dobelli fordert uns auch heraus, über den Tellerrand hinauszuschauen. Er betont die Bedeutung von Vielfalt im Denken und die Notwendigkeit, ständig unsere eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen. Viele Leser berichten, dass sie durch die Kunst des klaren Denkens zu besseren Denkern geworden sind. Sie haben gelernt, tiefer zu graben, Fragen zu stellen und sich nicht mit einfachen Antworten zufriedenzugeben.